Seit der Eröffnung der Wollny-Boutique im Juni 2023 gab es immer wieder Ärger über und mit dem Laden. Nach einem neuen Update von Silvia Wollny geht der jetzt weiter ausrufezeichen. Schon im vergangenen Jahr herrschte große Verwirrung um die Wollny-Boutique. Schon damals fragten sich die Fans, ist der Laden, den die RTL 2-Familie in Ileika in der Türkei führt, geschlossen worden oder nicht? Jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Punkt. Die Öffnungszeiten sind aber nicht das Einzige, das die Fans auf die Palme bringt. Punkt. Im Sommer 2023 hatte sich Silvia Wollny ihren Traum vom eigenen Klamottengeschäft erfüllt, verkauft dort seither neben Kleidung auch Feenmerch und Fanartikel etc. Punkt. Sogar ein Tattoo-Studio sollte ursprünglich integriert werden. Daraus wurde zwar nichts, darüber gab Tochter Estefania Wollny, die seit kurzem als Sängerin Karriere machen will. Im Laden ihrer Familie schon mehrere Mini-Konzerte. Punkt. Doch so schön, wie das alles klingt, ist es nicht, denn der Laden brachte den Wollnys auch schon viel Ärger ein. Verwirrung um Laden, hat die Wollny-Boutique auf oder wurde sie geschlossen? So machte ein Feen beispielsweise einen heftigen Familienstreit publik, den er vor dem Geschäft beobachtet hatte. Punkt. Auch Harald Elsenbast sorgte für Wirbel, weil er trotz seiner Herzschwäche bei der Ladeneröffnung wild das Tanzbein schwang. Punkt. Richtig dicke kam es aber erst, als die türkischen Behörden das Business vorübergehend dicht gemachten. Punkt. Was dahinter steckte, verrieten die Wollnys damals nicht, doch der Vorwurf des Verkaufs von Schwarzmarktware machte die Runde. Punkt. Sylvia Wollny hingegen behauptete, man habe sie damals unter Vortäuschung falscher Behauptungen gemeldet. Punkt. Auch wegen Krankheit und angeblichen Renovierungsarbeiten standen Fans in den letzten Monaten schon vor verschlossenen Türen. Punkt. Seither ist der Wurm drin, zwischenzeitlich war völlig unklar, ob es die Wollny-Boutique überhaupt noch gibt, zumal die Familie ihre Ware mittlerweile im Netz verkauft. Sylvia Wollny korrigiert Adresse und Öffnungszeiten der Wollny-Boutique. Im Frühjahr 2024 meldete sich Sylvia Wollny dann mit einem Update und gab bekannt, dass der Laden nach einer längeren Winterpause wieder geöffnet hat. Punkt. Unsere Boutique ist täglich geöffnet von 13 bis 18 Uhr. Adresse, L.E.K. Bulvarino. Fünfte. Wir freuen uns auf euch. Lieben Gruß, Sylvia, so die 59-Jährige am 1. April unter einem Foto, das den Laden zeigt. Wütende Reaktionen ließen auch diesmal nicht lang auf sich warten. Stehen gerade vor dem Laden, leider geschlossen um 16. 45. Hier sind sehr viele Leute, die ebenfalls warten und wir sind extra 45 Minuten gefahren, sehr schade. Wetterte eine Dame unter dem Beitrag und widersprach damit Sylvias Behauptung, der Laden habe geöffnet. Um die Öffnungszeiten der Wollny-Boutique gibt es wieder Stress. Oha, ganze 5 Stunden. Und das in die Mittagszeit gelegt. Respekt, meckerte eine andere Frau genervt. Ein dritter Fan kam direkt mit einer wilden Theorie um die Eche, das Geschäft ist eh bald pleite, da die Serie eingestellt wird, dann gibt's keine Kohle mehr. Was er damit meinen könnte, kannst du hier nachlesen. Doppelpunkt Punkt Wollny-Boutique schloss bereits mehrmals. Das sind die Gründe. Auf Google hielt sich, zum großen Ärger von Sylvia Wollny, lange die Information, der Laden sei dauerhaft geschlossen. Punkt Loredana Wollny setzte der Verwirrung 2023 die Krone auf, als sie im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram die Schließung des Ladens während der Wintermonate verkündete. Punkt Gehen nach den Ferien in Winterpause. Dann nur noch Online-Shop, hatte sie damals zu Protokoll gegeben. Punkt Doch auch das stimmt laut Sylvia Wollny nicht. In einem neuen Q&A auf Instagram dementierte sie am kurz darauf, nämlich am 13. November, dass der Laden zu habe. Stimmt das, dass euer Laden in der Türkei geschlossen wurde, wollte ein Feen damals von der elffachen Mutter wissen. Nein, ist täglich ab 14 Uhr geöffnet, so Sylvia Wollnys Antwort. Im Livestream mit Sohn Jeremy Pascal Wollny Anfang Juni 2024 kam Sylvia noch einmal auf das Gerücht rund um die Schließung zu sprechen. Punkt Irgendwann habe sie auf Google gesehen, dass der Laden dauerhaft geschlossen sei, aber der ist dauerhaft geöffnet, stellte sie klar. Punkt Das Geschäft öffne jeden Tag um 13 Uhr, so Sylvia Wollny weiter. Prompt meldete sie sich am 7. Juni mit der Information, heute öffne der Laden am Freitag erst um 16 Uhr, da es in der Türkei gerade wieder sehr, sehr heiß ist. Punkt Bei 41 Grad liegen die meisten Menschen ohnehin am Strand und auch sie wollen ein bisschen was vom Tag haben. Punkt Bei 41 Grad